Guten Morgen Leute, heute Morgen habe ich mir ein Motorrad ausgeborgt und bin über zweieinhalb Stunden in der ärgsten Hitze zum Port Baten gefahren, das ist ebenfalls auf Pallermann, die letzten 30 Kilometer durch tiefsten Dschungel, unbefestigte Straßen, aber es hat sich ausgezahlt, weil ich möchte euch heute wieder zeigen, wie hier auf der Strand ausschaut, es ist wirklich wie im Paradies, es hat zwar jetzt gerade geregnet, aber es ist schwül und hat sicher über 30 Grad, ich mache da mal so einen Rundblick, hinter mir seht ihr ein paar Inseln, die man auch über Island Hopping erreichen kann und da beginnt der White Beach, da gibt es auch ein kleines Resort, allerdings ohne Strom, ohne WLAN, also für viele Menschen gar nicht verkraftbar, das Wasser ist wie immer türkis, blau, total nett hier im Drachenboot, da drüben gibt es auch noch ein paar kleine Inseln und auch da sieht man wieder ein Resort. Ich wünsche euch das Beste, ich werde den Abend noch genießen, bevor es dann wieder zweieinhalb Stunden zurück in mein Hotel geht, wir hören uns, bis bald, ciao! Ciao!